Der Mandelbaum ist eine Pflanzenart aus der Gattung Pronus in der Familie der Rosengewächse. Seine Steinfrucht, das essbare Nährfleisch des Pflanzenkeimlings, die Mandel, wird vom Menschen in vielfältiger Weise, vor allem als Nahrungsmittel und als Kosmetikum, genutzt. Etymologie Das deutsche Wort Mandel ist ein Lehnwort, das über das italienische Mandola auf Lat, Amybdala zurückgeht, dessen griechischer Ursprung Amybdalae den Mandelbaum, wie auch dessen Frucht bezeichnet. Die weitere Wortherkunft ist ungeklärt. Sprachliche Verwandtschaft besteht zu Engel, Elmend, FRZ, Amande, SP, Almendra und den entsprechenden Wörtern in weiteren Sprachen. Beschreibung Vegetative Merkmale Pronus dulces wächst als Sommergrüner Baum oder Strauch und erreicht Wuchshöhen von 3 bis 6 Meter. Die Rinde junger Zweige ist kahl, die der Vorjahreszweige ist bräunlich, später gräulich braun bis gräulich schwarz. Die Äste sind aufrecht oder horizontal ausgebreitet mit vielen kurzen Zweigen. Die bräunlichen, eiförmigen Winterknospen sind 3 bis 5 Millimeter lang und unbehaart. Es gibt zwei Möglichkeiten der Anordnung der Laubblätter. An den vorjährigen Zweigen sind sie meist wechselständig, an den Kurztrieben sind sie einander genährt und oft in Büscheln konzentriert. Alle Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der meist 1 bis 2, selten bis zu lange, unbehaarte Blattstiel besitzt an seinem oberen Ende 2 bis 4 gerundete Nektardrüsen. Die Blattspreite ist einfach 3 bis 6, selten bis lang und 1 bis breit. Lanzettlich bis elliptisch-lanzettlich und am oberen Ende spitz bis kurz zugespitzt. Die Basis der Blattspreite ist keilförmig bis gerundet. Der Blattrand ist kurz und dicht gesägt. Die Blattoberfläche hat anfangs eine leichte, weiche Behaarung, später verkahlt sie. Generative Merkmale Die von März bis April vor der Laubentfaltung sich öffnenden Blüten stehen einzeln. Der kahle Blütenstiel ist anfangs 3 bis 4 mm lang und vergrößert sich bis zur Fruchtreife auf 4 bis 10 mm. Die zwittrige, radiasymmetrische, fünfzählige Blüte besitzt ein doppeltes Periant. Der zylindrische Blütenbecher ist außen kahl, 6 bis 8 mm lang und 3 bis 5 mm dick. Die fünf ganzrandigen Kelchblätter sind 5 bis 6 mm lang, breitlänglich bis breitlanzettlich, stumpf, außen kahl, am Rand flaumig behaart. Die fünf freien, weißen oder rosafarbenen, stumpfen bis ausgerandeten Kronblätter sind mit einer Länge von 1, 2 bis und einer Breite von 0,7 bis länglich bis verkehrteiförmig, länglich und genagelt. Die vielen Staubblätter sind ungleich lang. Der Fruchtknoten ist dichtwollig behaart. Der Griffel ist länger als die Staubblätter. Die dichtflaumig behaarten Steinfrüchte sind abgeflacht, schräg eiförmig bis länglich eiförmig und weisen eine Länge von 3 bis 4 und einen Durchmesser von 2 bis auf. Das dünne Mesokarb springt bei der Reife auf. Das gelblich-weiße bis braune Endokarb ist eiförmig, breit ellipsoid oder kurzlänglich, auf beiden Seiten asymmetrisch 2,5 bis lang, hart bis zerbrechlich. Die Bauchnaht ist gebogen und mehr oder weniger spitzgekehlt. Die Rückennaht ist meist gerade. Die Oberfläche ist glatt, gelöchert und manchmal leicht gefurcht. Die Samen schmecken süß oder bitter. Die Früchte reifen von Juli bis August. Der Mandelbaum ist diploid mit einer Chromosomenzahl von 2 n ist gleich 16. Systematik Der Mandelbaum gehört innerhalb der Gattung Pronus zur Untergattung Amygdalus, die von einigen Autoren auch als eigene Gattung Amygdalus behandelt wird. Der gültige wissenschaftliche Name der Mandel in der Gattung Amygdalus wurde 1753 durch Karl von Linne in Spichys Plantarum erst veröffentlicht. Unter Pronus steht die 1882 publizierte Kombination Pronus-Communis-Arkang, jedoch nicht zur Verfügung, weil dieser Name das jüngere Homonym des 1778 entstandenen Namens Pronus-Communis-Hatz ist, das als Synonym der Pflaume so so rechnen ist. Das nächste verfügbare Epität wurde 1768 von Philipp Miller als Amygdalus-Dulces-Miller eingeführt. Die Kombination Pronus-Dulces wurde erst 1967 durch David Allardyce-Webb veröffentlicht. Der in älterer Literatur oft verwendete Name Pronus-Amygdalus-Batsch hat geringere Priorität, weil er erst 1801 publiziert wurde. Weitere Synonyme für Pronus-Dulces-DA-Webb sind Amygdalus-Amaraduhammel, Amygdalus-Atiwammel. Varietäten Die Art Pronus-Dulces unterteilt sich in mindestens drei Varietäten. Pronus-Dulces-VAR Dulces ist gleich Süßmandel mit süßschmeckenden Samen. Pronus-Dulces-VAR Fragiles-Buchheim ist gleich Krachmandel mit süßschmeckenden Samen in dünnbrüchiger Schale des Steinkerns. Pronus-Dulces-VAR Amara-Buchheim ist gleich Bittermandel mit bitterschmeckenden, schon in kleineren Mengen giftigen Samen. Hinweis Bittermandeln enthalten das Gift Amygdalin, aus dem durch das Enzym Beta-Glucosidase sehr giftige Blausäure entsteht. Natürliche Verbreitung und Standort Der Mandelbaum stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Südwestasien. Seine natürlichen Standorte sind Gebüsche an sonnigen Hängen auf steinigen Böden in einer Höhenlage von 700 bis 1700 Meter. Die Wildvorkommen reichen von der Levante über Nord- und Ost-Anatolien, Süd-Kaukasien, Nordirak, Iran bis Südtukmenistan, Kirgizistan und Usbekistan. Allerdings ist die Unterscheidung von wild und verwilderten Vorkommen schwierig. In Deutschland wurden Mandelbäume traditionell in der Vorderpfalz angebaut und die Mandelernte erwerbsmäßig bis etwa 1940 betrieben. Dabei wurden die Sorten in Krachmandeln mit poröser, leicht zu knackender Schale und hartschalige Steinmandeln unterschieden. Nutzung Man unterscheidet zwischen der süßen Mandel, der Krachmandel und der bitteren Mandel. Süße Mandeln haben eine zimtbraune, raue Haut. Das Abziehen dieser Haut wird durch Überbrühen der Mandeln mit kochendem Wasser erleichtert. Mandeln werden zum Rohgenuss, für Mehlspeisen, zum Dekorieren, zum Füllen von Oliven und zur Herstellung von gebrannten Mandeln, Likören und Marzipan verwendet. Bittere Mandeln sind zum Rohgenuss nicht geeignet, da sie Amygdalin, ein blausäureerzeugendes Glycosid, enthalten. Krachmandeln wiederum sind aufgrund ihrer leicht zu knackenden Schale zum Rohverzehr vor allem in der Weihnachtszeit beliebt. Der Mandelbaum wird seit rund 4000 Jahren kultiviert. Angepflanzt wird er heute hauptsächlich in den Vereinigten Staaten sowie im Mittelmeerraum, außerdem in Pakistan und im Iran. 2010 betrug die Weltproduktion 890.000 Tonnen, davon entfielen 750.000 T bzw. 84% auf die USA, 90.000 T auf die EU 27 Staaten, 30.000 T auf Australien sowie je 10.000 T auf die Türkei und Chile. Die US-Produktion stammt zu 100% aus Kalifornien, darüber hinaus reift die Mandel in Mitteleuropa in Weinanbaugebieten. Dort wurde sie wahrscheinlich zusammen mit dem Wein von den Römern eingeführt. Eine deutsche Sorte ist die sogenannte Dürkheimer Krachmandel. Der französische Anbau setzt sich zusammen aus den Sorten Feragnes und Feraduelle. Letztere wird in Anbetracht ihrer flachen Form hauptsächlich für die Herstellung von Dranges benutzt. Diese Früchte sind gegen Mitte September reif. Unter außereuropäischen Sorten ist die am meisten vermarktete Mandel die Non-Piral-Mandel mit kalifornischem Ursprung. An Mandeln aus Spanien ist vor allem die Marcona berühmt. Alle anderen Kategorien werden unter dem Namen Valentia vermarktet. In Italien findet man besonders die Avola, unter den französischen Mandeln symbolisiert die Mandelei die Krönung, sie wächst in der Provence. Diese alte, seit mehr als 100 Jahren kultivierte Sorte wird von den Konditoren sehr geschätzt, da sie sehr süß ist. Momentan reserviert sich ein einziger Konditor die ganze Produktion. Das gleiche gilt für die Ferasta, die von nur einem einzigen Schokoladenfabrikanten aufgekauft wird. Leichter auf dem Markt zu finden ist die ebenfalls sehr geschätzte Ferragnes-Mandel mit einem guten, süßen Geschmack. Sie eignet sich für zahlreiche Verarbeitungen. Die Avola-Mandel ist sehr beliebt und findet für ihr parfümiertes Aroma Beachtung. Sie wird hauptsächlich in Dranges verarbeitet. Man kann sie mit der Marcona vergleichen. Einer kleinen spanischen Mandel mit typischem Geschmack, die man unter anderem für Nugats und Tours verwendet. Mandelcreme Mandelcreme kann mit Wasser verdünnt als kaltes oder warmes Getränk bereitet werden. Es wird auch für die Zubereitung von Nachtischen, Flan oder Eiscreme verwendet. Die spanische Mandelcreme, siehe Abbildung, besteht aus Mandeln, Glucose, Zucker und Wasser. Mandelöl Unter dem Namen Mandelöl versteht man stets das sowohl in den süßen als auch das in den bitteren Mandeln enthaltene geruchlose feine Fette. Pflanzenöl Das ätherische Mandelöl, das nur aus bitteren Mandeln gewonnen werden kann, heißt im Handel stets bitter Mandelöl. Mandelmehl Mandelmehl ist ein glutenfreies und kohlenhydratarmes Mehl. Bei der Herstellung von Mandelöl fällt ein Nebenprodukt ab, der sogenannte Presskuchen aus dem wiederum das entölte Mandelmehl hergestellt wird. Neben diesem entölten Mandelmehl gibt es auch nicht entöltes Mandelmehl, bei dessen Herstellung die Mandelkerne direkt verarbeitet werden. Entöltes Mandelmehl wird oft als Ersatz für Weizenmehl und für viele Low Carb Rezepte verwendet. Mandelnuss Mandelnuss besteht ausschließlich aus gepressten Mandeln und enthält das gesamte Mandelöl sowie alle Ballaststoffe und Eiweiße der Nusch. Zur Kaltpressung wird ein Fleischwolf verwendet und das Ergebnis anschließend gemixt, um ein cremig Eresendprodukt zu erzielen. Dabei unterscheidet man das Mandelmus in zwei Sorten. Braunes Mandelmus besteht aus gerösteten Mandeln mit Haut, das Weiße ausschließlich aus blaschierten Mandelkernen. Der Anteil an Bittermandeln beträgt dabei nur 1 bis 3 Prozent. So bleibt der Geschmack ermild und unterscheidet sich von dem deutlich intensiveren Marzipan-Glaruch. In der veganen Ernährung findet Mandelnuss immer häufiger Verwendung, um Milchprodukte zu ersetzen. Ernährungsphysiologie Nährwerte Mandeln enthalten Mandelöl, Zuckern sowie verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und Fette. Der Gehalt an Kalzium, Magnesium und Kalium ist höher als bei Nüssen, Mandeln und Gesundheit. Epidemiologische Studien weisen darauf hin, dass der regelmäßige Verzehr von Mandeln und Nüssen dazu beitragen kann, die Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. So kann der Genuss von 20 Gramm Mandeln täglich das Risiko einer Herzkrankheit halbieren, außerdem sind sie für ihre Cholesterin senkende Wirkung. Bekannt in einer jüngeren Studie wurde zudem nachgewiesen, dass der regelmäßige Verzehr von Mandeln den Blutdruck senken kann. Zusätzlich enthalten Mandeln einen erhöhten Anteil an Folsäure, die vor allem in der Schwangerschaft sehr wichtig ist. 100 Gramm Mandeln decken 6,25 Prozent des Tagesbedarfs an Folsäure einer schwangeren. Bildergalerie Mandelbaum Verarbeitung Punkt 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 Punkt